Ach, was für ein schöner Tag heute. Heute schneit es. Jungs, Jungs, es ist ein geiler Tag heute. Wisst ihr es? Hey, was tut ihr denn hinter Skopius und Kano? Ich bin der beste Dumpesaurier. Nein, ich. Ich? Nein, 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 nein. Das wird sehr dumm sein von euch. Hey, was geht, Spino? Spino Schlauus. Was? Warum bist du heute so leise? Die Fans hassen mich immer noch. Ah, pff, das ist doch ein Klassiker. Ja, was ist, Thierry? Wie gut findest du heute? Meine Krallen. Du hast meinen, du hast den Giano zu der Haus umgebracht. Und wegen dir quietscht ich meinen Hals. Na, ich hasse dich eh. Und was tust du in unserem Haus? Sie sind nur Fleischfresser. Hast du nicht gesehen, ich habe einen Hirsch getötet? Aber du hast Platze gegessen. Also, was ist der Grund, dass du es dann machst? Ich frage mich einfach nicht. Rosa, was tust du da? Äh, nix. Ich gucke den Ozean an. Warum? Weil du ins Ozean gehörst? Nein, weil ich bestehe aus 85% von recycelndem Plastik. Außerdem, kauf nicht, bitte. Siehste, ihr habt ihn gehört. Kauft ihn. Und was willst du noch sagen? Abonniere diesen Channel. Ja, abonniere. Und der Dominus? Ah, der ist wohl tot. Okay, also dann. Tschüss.